Das stimmt nicht, also ursprünglich habe ich mir immer gedacht, wenn das jetzt mit dem Skifahren nichts wird, dann gehe ich Medizin studieren. Das wollte ich eigentlich damals machen und dann bin ich aber doch so lange Skifahren gefahren, dass sich das dann nicht mehr ausgegangen ist. Bis zum nächsten Mal.